Schnelligkeit, Dynamik und viel Mut. Das sind grundlegende Elemente für einen Taekwondo-Kämpfer. T steht für Fußtechnik, Kwon für Handtechnik und Do für Weg. 90% wird dabei mit dem Fuß gemacht und ab und zu etwas mit der Hand. Vor allem ist der koreanische Kampfsport aber auch eine Charakterschule. Respekt, Disziplin, Kontrolle spielen eine große Rolle. Und, das ist uns bei unseren Dreharbeiten für diese Reportage aufgefallen, Taekwondo ist laut.